Ja, das hat mich jetzt nochmal verwundert, Max, mit den Kommentaren. Ich dachte, ich hätte das schon global abgeschaltet. Ich glaube aber, ich habe es immer selbst noch reingeklickt. Hier unter Quick Edit bei den Beiträgen gibt es hier den Haken Erlaube, Kommentare zum Wegmachen. Da man das aber nicht jedes Mal nicht dran denken will, weil du hast ja erstmal grundsätzlich entschieden, keine Kommentare zu erlauben, gibt es hier unter Einstellungen und Diskussion, gibt es diesen Haken Erlaube, Besuchern neue Beiträge zu kommentieren. Wenn man den wegmacht, dann ist es eben grundsätzlich auch bei einem neuen Beitrag deaktiviert. Die Änderung übernehme ich jetzt und mache mal einen Testbeitrag, ob es auch wirklich so tut. Neuen Beitrag erstellen, Test, Beitrag und Speichern. Jetzt nochmal bei den Beiträgen gucken. Test, Quick Edit, ist weg. Okay, super. Dann soll es jetzt funktionieren, aber du weißt trotzdem, wo es auch global ab- und eingeschaltet werden kann.